Abschnitt 108 Du saust die Stufen hoch und willst dich schnell an John vorbeidrücken. Aber der hebt schon die Hand und schnappt dich. Wow, dafür dass der Kerl durchsichtig ist, hat schon ganz schön viel Kraft. In der anderen Hand hält er eine Geisterschlange, die er vor deinen Augen hin und her baumeln lässt. Puh, Teufel! Die Schlange zicht dir ins Gesicht. An ihren gespenstlichen Giftzähnen hängen lange Tropfen der tödlichen Flüssigkeit. Panische Angst steht dir ins Gesicht geschrieben und John und Jane amüsieren sich köstlich darüber. Wieder schleudert John dir die zichtende Schlange entgegen. Dabei schnellt ihre Zunge zwischen ihren spitzen Giftzähnen vor und zurück. Ob der Biss einer Geisterschlange wohl sehr wehtut? Überlegst du. Wahrscheinlich schon, wenn du an deinen Schmerzen um Arm denkst, den John immer noch fest umklammert. Du schluckst und machst dich mit einem Ruck von ihm los. Zum Glück versuchen, John und Jane nicht dir zu folgen. Mit einem kräftigen Stoß öffnest du die Tür zur Küche deiner Großmutter. Iiiiih! Das andere Gespenst! Elvira steht genau vor dir! So, so, du bist allzu zurückgekommen! Knurrte sie dich an. Das wirst du noch bereuen! Sie dreht sich um und schwebt in die Diele. Dann segelt sie die Treppe hoch. In dein Zimmer. Folge ihr zu Abschnitt 49.